Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die mir irgendwas Gutes tun wollen. Hallihallo Freunde, heute kommt ein Video, was mir echt nicht ganz so leicht fällt. Trotzdem möchte ich relativ direkt auf den Punkt kommen. Und zwar ist es so, ich brauche eure Hilfe in der Art und Weise, dass ich gerne einen Spendenaufruf mit diesem Video machen möchte. Ihr könnt mir per Paypal Spenden zukommen lassen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Oder auch für immer, also das läuft wirklich kontinuierlich durch. Solange der Kanal besteht, wird das auch weiter laufen. Könnt ihr auf meinem Kanal oder in der Videobeschreibung diesen Link immer finden. Und zwar ist es so, ich habe mir gedacht, damit ihr natürlich auch irgendwas davon habt, ist klar, die Videos kommen weiterhin, das ist ja logisch. Auch alles, was davon finanziert wird, geht hier in diesen Kanal, in den Bus. Aber zusätzlich möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zurückgeben. Und zwar hat meine Freundin Julie sich die Mühe gemacht und neue Sticker designt. Einmal so ein bisschen rustikaler, einmal ein bisschen hedler. Und davon könnt ihr, wenn ihr denn spendet, ab 5 Euro kriegt ihr 4 solche Sticker. Das heißt, 2 von dem, 2 von dem oder 1 von dem und 3 von dem. Das könnt ihr euch aussuchen. Schreibt es einfach mit in die Nachricht von der Paypal Spende. Und dann kriegt ihr das auf jeden Fall zugesendet. Und dann gibt es noch einen nächsten Sprung. Ab 15 Euro möchte ich euch natürlich diese 4 Sticker zukommen lassen, wie eben beschrieben. Und dann noch diesen Turmbeutel hier. Den habe ich mal verlost, als ich 1111 Abonnenten gemacht habe. Und ich habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut jetzt wieder. Dann kriegt ihr diesen zugeschickt. Und 4 Sticker. Also ab 15 Euro. So, wie komme ich auf die ganze Geschichte? Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, ah ja, das hat Mattes auch gerade gemacht. Dann ahmt er das so ein bisschen nach, damit er ein bisschen Kohle hat und so. Und nein, es ist nicht abgekupfert. Es ist auch alles mit Mattes besprochen. Und dann müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. Und es gibt noch einen etwas anderen Grund. Und zwar ist es so, dass ich bei Facebook angeschrieben wurde von einem von euch, dass er etwas über hat, weil die haben einen LT und da passt das nicht ran. Und zwar dieses süße VW-Logo hier, das so ein bisschen so ein Eyecatcher ist, haben die mir zukommen lassen, weil die gefragt haben, ob ich das haben möchte. Und dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und einen süßen kleinen Schlüsselanhänger, wo dann auch nochmal steht VW T4 Oscar. Was auch total geil ist. Und deswegen kam ich halt auch auf die Idee, vielleicht gibt es noch mehr Leute, die mir irgendwas Gutes tun wollen. Auch sowas zum Beispiel. Wenn ihr irgendwas über habt, in Anführungsstrichen, dann könnt ihr mir das natürlich gerne zukommen lassen. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was mache ich mit dem Geld überhaupt. Das Geld geht natürlich zu 100% in diesem Kanal. Das heißt, der Bus wird davon noch weiter Stück für Stück verbessert oder modifiziert. Und was ich natürlich nicht geheim halten möchte, falls irgendwie Geld überbleiben sollte, dann wird das in Kamera-Equipment investiert oder solche Sachen, womit ich die Videos einfach noch professioneller beziehungsweise qualitativ hochwertiger machen kann. Und ich denke, das kommt euch auch zugute. Und nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich möchte Solar auf meinen Bus kriegen. Das heißt, ich brauche Solarplatten. Ich brauche weitere Teile dafür. Dann möchte ich gerne noch den 230 Volt anschlussendlich mal auch in den Bus bringen. Das heißt, dass ich meine Batterie aufladen kann über 230 Volt. Dass ich auch meine Verbraucher nutzen kann, wenn ich die Möglichkeit habe, 230 Volt anzudocken. Dann ist es so, dass meine Achsmanschetten getriebeseitig beide defekt sind. Das heißt, die müssen ausgetauscht werden. Da gibt es auch noch ein klasse Video, denke ich, dazu. Und dann das allerletzte, was ich jetzt so im Kopf habe, ist eine Roststelle im Einstieg bei mir auf der Seite. Das sind alles so Kleinigkeiten, was ich euch nur gerade mal aufzählen kann. Es wird natürlich immer was kommen. Ihr wisst das. Ihr kennt meinen Kanal. Ihr wisst, dass immer irgendwas sein kann, beziehungsweise dass irgendwas ist. Ihr könnt das also jederzeit spenden. Ihr könnt auch nächsten Monat spenden, falls ihr keine Kohle habt oder was weiß ich. Also es ist euch völlig freigestellt. Kein Zwang, kein gar nichts. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr jetzt nicht zu abgeneigt seid, beziehungsweise irgendwie mich verurteilt deshalb oder so. Ich dachte, das ist vielleicht mal eine ganz geile Idee, dass das auch weiter vorangeht hier. Und nächste Woche kommt auf jeden Fall ein richtig cooles Video. Hoffe ich. Es ist noch nichts davon gedreht. Es handelt endlich mal wieder um Basteln. Und ich glaube, da freuen sich auch viele drauf. Und ansonsten würde ich einfach sagen, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls euch auch dieses Video gefallen hat. Und falls ihr die Idee gut findet. Und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr irgendwas noch wissen wollt dazu. Falls ihr Fragen dazu habt. Irgendwas ist völlig egal, denn ich werde euch antworten. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.